Fachschaft und das Café Campus Team laden euch diesen Mittwoch, den 15.06. ab 17 Uhr zum Bierpompturnier ein. Jetzt am besten gleich anmelden, damit wir auch genug Bier vorrätig haben. Wann? Mittwoch, den 15. Juni, 17 Uhr bis Open End. Es fahren auch Nachtzüge. Wo? Vor dem Café Campus in Göppingen zwischen Gebäude 3 und Gebäude 1. Bierpompturnier auf drei professionellen Tischen, Flankeballturnier, Grill und weitere Versorgungen durch das Café Campus auch für Vegetarier, genug Bier zu studierendenfreundlichen Preisen und jede Menge Spaß. Jetzt gleich anmelden, damit wir auch genug Bier haben. Bierpompt 이거... Ich hiss taskcat mich mal in leeren. Es ist immer noch nicht klar, dass ich immer noch nicht, ver recutches lag. Ichений bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.